Liebe Zuschauer, ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer neuen Ausgabe der Anlageidee mit der HSBC. Wir werden heute für Sie das Börsenjahr 2022 Revue passieren lassen und außerdem wagen wir auch einen Ausblick darauf, was uns 2023 an der Börse erwarten könnte. Dazu begrüße ich Matthias Hüppe von der HSBC. Matthias Hüppe, schön, dass Sie da sind. Hallo Frau Anath, vielen Dank. Ja, Herr Hüppe, wir haben ja letztes Jahr schon gesprochen und so einen Ausblick gewagt und einige Ausschnitte davon werden wir auch heute im Interview einspielen, damit wir mal schauen können, wie zuverlässig Ihre Prognosen wirklich waren. Vorher sprechen wir aber mal darüber, wie Sie das Jahr 2022 an der Börse wahrgenommen haben, vielleicht auch stellvertretend für Ihre Anleger bei der HSBC. Was ist so passiert? Ja, das Jahr 2022 war, glaube ich, herausfordernd. Das muss man schon sagen. Also ein bisschen das Jahr des Kapitalerhalts. Natürlich, wir haben die exogenen Faktoren wie den Ukraine-Krieg und infolgedessen natürlich gerade das Thema Inflation und die Zinsen. Also alles hängt so ein bisschen zusammen, aber man muss jetzt nicht, also kann ich nur sagen, dass das die Initialzündung war, weil wir haben es ja schon gesehen, Ende 2021 war sehr viel Nervosität in den Marktmärkten. Und so ein bisschen muss man auch fairerweise sagen, dieses blind investieren und buy the dip und Hauptsache es ist eine Tech-Aktie, die gerade gehypt wird, das hat halt nicht mehr funktioniert. Und das war ja auch so ein bisschen der Punkt, den wir gesagt haben, was passiert, wenn buy the dip nicht mehr funktioniert, also wenn fallende Kurse nicht immer nur ein optimaler Einstiegszeitpunkt sind, sondern wenn wir wirklich in den Bärenmarkt gehen. Und das haben wir erlebt. Und ich glaube, wir haben so ein bisschen das erlebt auch von, plötzlich war das Thema Value, also Aktien, langfristige Aktien, also mit einem Geschäftsmodell, was jetzt nicht exorbitale Wachstumspläne hat, sondern eher diese klassischen Geschäftsmodelle waren plötzlich interessant. Also das Thema Value war ganz wichtig und plötzlich war Growth, also die großen Growth-Titel, die immer die Jahre vorher den Markt gezogen haben, die waren plötzlich dann die Werte, die verloren haben. Also man sieht schon, das ist schon ein Wandel, der sich da vollzogen hat mit dem Punkt auch einfach, der Aktienmarkt ist nicht einfach nur long only. Geldverdienende haben ja gerade Zertifikate auch einen Vorteil, auch auf seitwärts oder leicht fallende Märkte zu setzen. Und natürlich, was auch spannend war, war das Zinsthema, man konnte auf steigende Zinsen setzen. Das ging halt auch nur, in Anführungszeichen, mit Zertifikaten, haben auch viele Anleger das Ganze genutzt, um dann halt auch daran zu partizipieren. Also es ist, glaube ich, auch ganz wichtig, dieses Aktive, nicht nur da zu sitzen und sagen, oh Gott, die Zinsen steigen, jetzt muss ich das einfach ertragen, sondern Anleger 2.0, hey, wenn die Zinsen zukünftig steigen, kann ich daran nicht auch partizipieren. Und ich glaube, da hat sich wieder so ein bisschen die Streu vom Weizen getrennt. Der, der einfach blind gekauft hat, gegenüber dem, der sich wirklich mal Gedanken darüber gemacht hat und auch ein paar Ideen daraus entwickelt hat. Ja, und das Jahr hat einen auf jeden Fall auf Trab gehalten, börsentechnisch. Es waren viele Entwicklungen, stärkere Korrekturen haben wir gesehen. Das haben Sie auch schon angekündigt im letzten Interview letztes Jahr. Und das schauen wir uns jetzt einmal an. Es gab ja so ein bisschen auch das Thema Beise-Dipp. Jede Korrektur wurde eigentlich als Chance genutzt. Und da könnte so ein bisschen jetzt das Thema kommen, naja, ob das in 2022 so weitergeht, das sei ein bisschen dahingestellt. Also da sind ein paar mehr Vorsichtszeichen, weil zum einen diese Advanced, die kleine Linie, das Ganze schon so ein bisschen zeigt. Es wird flacher in der Nice und es wird beim Neste geht es schon runter. Also das sind so die ersten Signale, dass wir vielleicht an der Stelle nicht mehr nur den reinen Optimismus haben an der Stelle. Ja, Hilfe, wir haben jetzt gesehen, Ihre Prognose hat sich bewahrheitet. Im letzten Jahr haben Sie die advancede Kleinlinie als Indikator zu Rate gezogen. Wenn wir die jetzt für dieses Jahr berücksichtigen, beziehungsweise für den Ausblick auf 2023, was könnte uns da erwarten? Ja, also erstmal muss ich fairerweise sagen, also die Analysen sind von meinem werten Kollegen, vom Jörg Scherer, der die technische Analyse macht. Also ich bin Überbringer im letzten Jahr der, sage ich mal, der schlechten Nachrichten dann gewesen. Das nur kurz dazu. Aber wenn wir uns jetzt die advancede Kleinlinie angucken, also sage ich mal wirklich der demokratischste Aktienbarometer, dann sehen wir schon, wir haben ja schon davon gesprochen Ende letzten Jahres, wir waren irgendwo auf dem Punkt, wo es nun mal seitwärts geht, eben nicht mehr die Masse der Aktien in den Markt nach oben trägt. Und dann hat sich das Ganze auch bewahrheitet. Wir haben diesen Abwärtstrend, in dem wir auch weiterhin drin sind. Das sieht man einfach und das ist, sage ich mal, jetzt für die Nice nicht unbedingt so das perfekte Signal. Also hier haben wir weiterhin die Situation, dass eben der Markt nicht von den meisten Aktien getrieben wird, sondern eben nur von einigen Aktien und eher das Gros auf der Verliererseite steht. Also von Seiten der advancede Kleinlinie und jetzt wohlgemerkt für die Nice, also für die US-Titel, sieht es jetzt nicht unbedingt so überragend aus. Da muss sich schon ein bisschen was tun, dass wir wieder nach oben herauskommen. Was könnte sich da tun? Was müsste sich tun? Ja, was müsste sich tun? Im Endeffekt, wir haben natürlich gerade in den USA sehr stark das Tech-Thema und das ist natürlich etwas, was da auch belastet. Das wird man auch sehen, wenn man beispielsweise dann den S&P oder wenn man den Nasdaq beispielsweise mit dem Dow Jones vergleicht oder ähnliches. Da wird man ganz klar sehen, dass plötzlich der Dow Jones deutlich besser gelaufen ist als der Nasdaq. Die Lage lang war der Nasdaq natürlich immer besser, aber man muss sich auch die Frage stellen, jedes Jahr 18% Rendite, dann verdoppelt sich der Markt alle vier Jahre. Das kann nicht auf Dauer so funktionieren und da sieht man schon an der Stelle, dass so ein bisschen auch dieser Wandel vielleicht A von New Economy zu Old Economy und B auch zu realistischen Erwartungen. Man kann nicht einen Verdoppler in allen drei, vier Jahren haben. Wir hatten super Renditen gesehen seit 2009, aber vielleicht sind wir jetzt auch an dem Punkt, wo wir einfach mal uns mit einem Anführungszeichen weniger zufrieden geben müssen. Auf dieses Thema Growth oder Value gehen wir im Laufe des Gesprächs noch ein, aber ich höre jetzt schon mal heraus, den Anlegern soll auch bewusst sein, dass man die Messlatte nicht mehr allzu hoch setzen sollte auf dem mittelfristigen Zeitraum. Genau, also das ist so. Ich glaube, nach dem Korrekturjahr sind auch einige da ein bisschen, sag ich mal, ernüchternd und haben jetzt vielleicht auch mal realistischere Erwartungen, weil diese Ten-Bagger und was da immer so kolportiert wurde, diese 1000% oder ähnliches, das ist mein Glücksfall. Aber das passiert extrem selten und man bitte nicht erwarten, jede Aktie blind zu kaufen und da macht sie 30, 40, 50, 70% in einem Jahr. Das ist einfach zu schön, um wahr zu sein. Ja, und wer nichts erwartet, kann ja auch nicht enttäuscht werden. Realistisch muss man sein, glaube ich. Wie sieht es denn aus, wenn wir realistisch bleiben, was die Stock 600 angeht, also den europäischen Markt? Können wir da hohe Erwartungen haben für das kommende Jahr? Da können wir auf jeden Fall bessere Erwartungen haben. Also auch hier die Advanced, die kleine Linie, man sieht, sie ist seitwärts gelaufen, aber wir sind hier schon wieder fast auf neuen Hochs. Also da zeigt sich schon, der Gesamtmarkt zieht das Ganze höher und hier sind wir dann eher doch im Bereich A, Europa und B, ein bisschen mehr Old Economy. Und das Ganze ist vielleicht so ein bisschen so ein Zeichen, wo man sagen könnte, vielleicht kommt auch mal der Shift hin, mehr zu Europa. Bisher ist gerade natürlich die USA sehr, sehr stark gelaufen und Europa immer hinterher gelaufen. Und jetzt gerade in der letzten Zeit merkt man plötzlich auch, dass Europa durchaus Potenzial hat. Und vielleicht wurden wir zu stark abgestraft oder sind vielleicht auch günstiger im Vergleich mit ähnlichen Unternehmen aus den USA. Und deswegen hier so ein Hoffnungsstreifen, gerade was die Advanced, die kleine Linie angeht, für den Stock 600, also breit gestreut für Europa. Eine Sache haben Sie sich letztes Jahr auch noch angeschaut, Herr Hüppe, die US, also die Aktienquote der US-Anleger. Da haben Sie gesagt, vielleicht ist das Kapital auch schon verbraucht, vielleicht ist schon zu viel Cash in Aktien. Jetzt hatten wir dieses Jahr auch die Thematik mit der Inflation und dass die Zinsen angestiegen sind. Das hatten Sie letztes Jahr auch noch angesprochen. Hören wir mal rein, was Sie da genau gesagt haben. Es ist so gut gelaufen. Die Anleger haben immer wieder Aktien gekauft und wurden natürlich bestätigt durch die Kursgewinne. Denn nur irgendwann ist natürlich das Pulver so ein bisschen, sage ich mal, aufgebraucht. Und das ist eine Gefahr, die man haben könnte, wenn zu viel, sage ich mal, des Kapitals bereits in Aktienmärkte investiert ist. Dann fehlt natürlich Kapital nachzukaufen. Und dann ist der Markt natürlich entsprechend auch anfälliger für Korrekturen, weil im Endeffekt dann kein Cash mehr da ist, um vielleicht, wie wir es vorher gesehen haben, bei The Dip günstig in Anführungszeichen Aktien nachzukaufen. Herr Hüppe, wir haben es eben gehört und gesehen, Sie haben gesagt, die Aktienquote bei den US-Privatanlegern hat letztes Jahr schon Warnsignale gesendet, hat sich in diesem Jahr auch bewahrheitet. Also auch hier ein Lob an die HSBC, das war zutreffend. Ob es jetzt von Jörg Scherer kommt oder von Ihnen, Sie stellen uns hier ja immer Ihre Prognosen vor. Wie sieht es denn jetzt aus für 2023? Ja, also wir sehen schon, die Aktienquote ist runtergekommen. Also wenn wir uns das mal anschauen, wir sind jetzt nur im Niveau von 63 Prozent. Das ist die Aktienquote in den USA. Aber das ist historisch gesehen, wenn wir uns jetzt wirklich mal echte Krisen ansehen, wie hier die Finanzkrise oder auch das Platzen des neuen Marktes, da waren wir in Quoten von 45 Prozent oder darunter. Das heißt, es ist noch nicht besorgniserregend, was da passiert ist in der Aktienquote. Also das ist leider so ein bisschen auch der Dämpfer, den man sagen muss, ja, es kam zu einer Reduzierung der Aktienquote, aber gemessen an dem, das haben wir jetzt hier nicht, aber die Stimmung der, das ist ja dieser AAII, also American Association of Individual Investors, die fragt ja auch nach der Stimmung der Investoren. Und die Stimmung der Investoren ist eigentlich sehr negativ. Und trotzdem haben sie eigentlich noch eine hohe Aktienquote. Das heißt, Erwartung und, sage ich mal, Verhalten liegen eigentlich ein bisschen auseinander. Und das zeigt eigentlich noch, dass da ein bisschen Potenzial ist, dass die Aktienquote runtergefahren werden könnte. Und man darf nicht vergessen, bisher, das haben wir jetzt hier nicht drin, das Thema der Rentenquote, also Bondquote im Festverzinsgewertpapier ist weiterhin sehr gering, obwohl die Zinsen ja steigen. Das heißt natürlich auch, das könnte ein Konkurrent zur Aktie werden, wenn wir einfach auf der Zinsseite attraktivere Verzinsungen sehen. Im Gegensatz zum Aktienmärkt, der vielleicht jetzt durch die Korrektur einfach auch nicht mehr so attraktiv ist für viele Anleger. Diesen Shift könnten wir auch noch sehen. Also alles in allem kann man auch hier sagen, ja, wir haben einen deutlichen Rückgang der Quote gehabt. Wir waren halt einfach auch zu stark investiert. Wir haben ja auch das Argument gehabt, dann gibt es immer kein Geld mehr zum reinvestieren, einfach weil man schon komplett investiert ist. Aber alles in allem, muss man sagen, sind wir da immer noch von den Tiefs aus vergangenen Krisen weit entfernt. Von daher muss man so sagen, also da ist auch noch ein bisschen Luft, jetzt gerade für den amerikanischen Markt, was sozusagen auch noch eine Reduzierung der Aktienquote geht. und natürlich auch das Thema der Konkurrenz einfach durch die Zinsseite. Also Sie gehen davon aus, dass man 2023 große Alternativen hat zum Aktienmarkt und auch weniger in Aktien investieren könnte, was dann schlussfolgern nicht so gut ist für die Börse? Sagen wir mal so, es ist noch Spielraum da. Also das Bild ist nicht so schlecht, wie es vor einem Jahr war, wo wir einfach argumentiert haben, es ist einfach schon zu viel investiert. Aber wenn wir das vergleichen mit den Krisensituationen, also wenn man die Stimmung der Anleger vergleicht mit dem Verhalten, dann ist die Stimmung eigentlich, sie sind pessimistisch für die Aktienmärkte ausgerichtet. Also deutlich pessimistischer als vorher, haben aber trotzdem immer noch eine Aktienquote, die eigentlich auf dem Niveau liegt, was mehr oder weniger normal ist. Also das heißt, diese Stimmung hat sich noch nicht in den Portfolien wiedergefunden. Und das ist so ein Indikator, wo man sagen kann, okay, da ist eigentlich noch Luft nach unten. Leider, dass auch hier an der Stelle vielleicht noch mehr Verkäufe stattfinden. Und was auch ganz interessant ist, das haben wir ja auch das eine oder andere Mal gemacht, sieht man jetzt hier nicht. Wenn man beides mal, also wo die Stimmung am schlechtesten war, war im Juli und im September, war genau zu diesen Zeitpunkten, wo der Markt gedreht hat. Also auch hier muss man wieder sagen, ein sehr guter Sentimentindikator. Wenn alle Pessimisten sind, das haben wir im September erlebt, da waren die US-Anleger alle pessimistisch. Und schwupps, kurz danach haben wir eine super Rallye Oktober bis Anfang November gesehen, die dann viele vielleicht nicht mitgemacht haben, weil sie sich einfach von ihren Aktien getrennt haben. Und für die Anleger, die sich jetzt nicht von ihren Aktien trennen wollen, weiter investieren wollen, aber nicht genau wissen, Growth oder Value, was sagt die Chart-Technik da? Ja, Growth oder Value muss man sagen, also ist vielleicht ein bisschen schwer, diesen Chart zu interpretieren. Also wir haben hier einmal Growth, wir haben in MSCI World Growth, genehm die rote Linie und dann haben wir einmal den Value, also die Value-Aktien in der schwarzen Linie. Das sieht so aus, als wenn sie im Gleichklang sind. Wir sind aber von ganz verschiedenen Niveaus gestartet, deswegen muss man auch sagen, und hier ist dieses Ratio dazu, also geht die Linie nach unten, ist Growth besser als Value, würde die Linie nach oben gehen, wäre Value besser als Growth gelaufen. Und die Linie kannte eigentlich seit 2005 nur eine Richtung und das ging nach unten. Das heißt, es war eigentlich immer richtig, in Growth-Aktien zu investieren. Sogar hier sind wir sogar rausgegangen, da war Growth deutlich stärker. Wir sind wieder in diesen Trendkanal reingekommen und jetzt könnte langsam der Punkt sein, wo Value wirklich wieder Aufholpotenzial hat, also wo das Thema Growth wirklich einen Schritt zurückgeht. Wir haben es gesehen, die großen Titel, US-Titel, von denen wir eigentlich nur kannten, dass sie jedes Jahr konstant ihre 10, 15, 20 Prozent machen, von einer Billion auf zwei Billionen gestiegen sind, die plötzlich stärkere Korrekturen haben. Wir haben es ja auch in Amazon erlebt, wo 250 Milliarden sich mal in Luft auflösen, Aktienkursbewertung. Das kannten wir in dieser Form noch nicht. Also man merkt auch, da ist mehr Nervosität, gerade bei diesen großkapitalisierten Titeln und die natürlich eine immense Wachstumsstory haben und langsam unter den Druck kommen, um diese Wachstumsstory dauerhaft vorzuführen. Wir sprechen von dem Thema, diese Gewöhnung daran, 20 Prozent jedes Jahr Rendite zu machen. Das ist nicht realistisch. Und deswegen ist natürlich hier ein besonderer Druck. Und klar, natürlich auch bei den Growth-Aktien haben wir das Thema der Zinsen. Da ist es natürlich je nachdem, bei den ganz Großen ist es natürlich nicht so, dass die Verschuldungsquote hoch ist. Aber jetzt in der zweiten Reihe, die ja extrem hohe Verluste erlitten haben, die sehr stark fremdkapital finanziert sind, die natürlich bei einer Zinsänderung deutliche Probleme kriegen. Da haben wir es ja schon gesehen. Und es ist ja nicht das Bild so, dass die Zinsen sich von heute auf morgen in eine andere Richtung entwickeln. Auch wenn sie dann vielleicht irgendwann mal flat bleiben und nicht weiter steigen, ist es für diese Unternehmen natürlich deutlich schwerer als aus einer Phase, wo sie kommen, wo eigentlich null Zinsen mehr oder weniger der Standard war. Deswegen hier das Bild so ein bisschen. The return of the value, könnte man sagen. Und man merkt es ja auch, gerade auch die jungen Investoren haben sich plötzlich, also so ein bisschen der Schwang von, sage ich mal, von Becker hin zu Berkshire Hathaway, also zu Warren Buffett. Also plötzlich sind diese, ich sage vielleicht mal, langweiligen Unternehmen sehr interessant geworden für viele. Und man möchte nicht mehr 40er, 50er KGVs, sondern jetzt wird die Suche nach 10er, 12er, 13er KGVs gemacht. Und dann ist man halt auf der Value-Seite, nicht auf der Growth-Seite. Das bringt weniger Bewegung ins Depot, aber das auch ein bisschen Ruhe ist, glaube ich, auch das, was viele Anleger wollen. Und dann eher konstante Renditen und halt entsprechend auch mal auf die Dividende gucken. Das war früher nicht interessant, gerade bei Growth-Aktien. Und jetzt kommen viele und sagen, naja, Dividende ist vielleicht doch mal interessant für mich. Dividendenrendite ist auch noch mal so ein bisschen der Shift hin zu Value. Ist wahrscheinlich auch eine Frage der Risikoneigung. Und wenn man da ein bisschen mehr Bewegung sehen will, haben Sie auch einige Zertifikate, die man quasi anwenden kann. Diese Werte? Genau. Man muss vielleicht nur sagen, also wirklich gerade viele, die neu in die Börse gekommen sind, haben sich sehr, sehr stark dann entsprechend nur auf die Tech-Titel konzentriert. Durch den Boom, den natürlich in der Post-Corona-Phase entstanden ist, oder in Corona eigentlich, sind natürlich gerade die Growth-Titel durch die Decke gegangen. Und in dieser Boom-Phase haben viele Depots sich extrem stark auf diese Werte konzentriert und haben natürlich jetzt auch deutlich höhere Verluste. Also wenn wir uns das angucken, wir sind im Dow Jones, sind wir nur 8% vom All-Time-High entfernt. Im Nasdaq sieht das ganz, ganz anders aus. Da sind wir 30% entfernt. Das heißt, da sind auch viele sehr herbe Verluste in den Portfolien entstanden, weil man sehr stark mal auf einem Bein gestanden hat, den Glauben nur auf die Growth-Aktien zu setzen, auf Tech-Titel zu setzen und zu hoffen, dass es diesen berühmten Ten-Bagger in zwei, drei Monaten vielleicht schon gibt. Das ist einfach unrealistisch und das ist, glaube ich, einfach wichtig, wieder eine reelle Erwartung an die Märkte zu setzen. Und dann stellen viele fest, okay, mit Value geht das vielleicht einfacher als mit Growth-Titeln. Und wahrscheinlich auch eine Frage der Diversifizierung. Natürlich. Also das ist schon nur ein Punkt, wenn man natürlich nur, man muss mal auch gucken, auch viele, die ETF-Sparpläne oder Ähnliches machen sollten, mal reingucken, da ist oft eine große US-Quote drin. Und oft ist dann auch eine große Quote der großen Tech-Titel drin, aufgrund ihrer Marktkapitalisierung schon. Und dann kann es sein, wenn man mal alles analysiert und seine Sparpläne anguckt, dass es sein kann, dass man mit 50 Prozent mehr oder weniger fast im Nestec investiert ist, auch wenn man breiter gestreute Indizes gewählt hat, weil die halt auch der Kapitalisierung nach in diese Indizes gehen. Und vielleicht sollte man mal über eine Umallokierung nachdenken und auch vielleicht mal tiefer in den ETF reinschauen und nicht nur sich davon blenden lassen, dass er vielleicht 30 Prozent das Jahr oder die zwei Jahre davor gemacht hat. Das ist halt kein Indikator für die Zukunft, das merkt man dann sehr deutlich. Und dann sollte man auch ein bisschen in seinem Portfolio gucken, ob man nicht vielleicht zu sehr wirklich nur auf dieser Growth-Schiene, auf die Tech-Titel gesetzt hat. Und da merkt man schon, da kommt langsam der Schiff zu Value. Herr Hülper, ein letztes Thema möchte ich jetzt in dieser Sendung noch mit Ihnen besprechen. Wir haben es auch schon in diversen Anlageideen besprochen. Das Thema Saisonalität, vor allem ja den US-Wahlzyklus. 2022 waren die Midterms ein Zwischenwahljahr. Und historisch gesehen, das haben wir schon einige Male besprochen, ist das auch ein eher schlechtes Jahr für die Börse. Wenn wir jetzt in die Vergangenheit schauen, ist das Vorwahljahr in der Regel ein gutes Jahr. Beißt sich vielleicht ein bisschen mit dem, was Sie in den letzten Minuten schon so gesagt haben. Wie geht es jetzt weiter ganz konkret? Ja, wir wollen jetzt hier auch mal wieder ein bisschen, also jetzt ein bisschen viel Schwarzmalerei, wobei wir ja schon so ein bisschen das Bild Richtung Europa, Richtung, also es gibt da schon Chancen, aber so ist es nicht. Aber jetzt gucken wir noch mal in die USA und jetzt haben wir uns den S&P angeschaut. Seit 1945, was ist denn, wenn ich in den Midterms eingestiegen wäre? Also im November muss man jetzt sagen, das ist natürlich so ein bisschen rückgeträchtig, das ist ja im November schon vorbei, aber wenn wir die Midterms haben und dann nach der Wahl wieder verkauft haben, und dann sehen wir, dass wir bis auf einmal, also so gesehen in 95 Prozent der Fälle war dieser Zeitraum positiv für Aktien und im Schnitt sogar deutlich positiv mit 24 Prozent haben die Märkte in dieser Zeit gemacht. Also mit der einen Ausnahme, das war aber die Finanzkrise, die natürlich da reinfiel 2006 bis 2008. Auch ansonsten immer positiv. Das könnte ein ganz gutes Bild noch mal sein, gerade wenn man doch mal in den US-Titel noch mal reinguckt oder den breit gestreuten US-Markt mit dem S&P sich anschaut. Begründung ist natürlich auch immer so ein bisschen klar. Wenn die US-Wahl ansteht, dann ist es natürlich auch häufig so ein Thema, dass natürlich der Präsident, amtierende Präsident, durch entsprechende Wahlgeschenke versucht, auch die Wirtschaft anzutreiben, weil das natürlich auch für die Stimmung der Wähler entscheidend ist. Und durch diese Stimuli, die dann kommen, ist es häufig so, dass wir dann halt auch positive Aktienentwicklungen gesehen haben. Und das ist so ein bisschen der Hintergrund, warum gerade diese Saisonalität ganz interessant ist. Deswegen hier wieder das Positive mit dem Blick in zwei Jahre. Ist es vielleicht kein schlechter Zeitpunkt, jetzt einzusteigen? Matthias Hüppe, vielen Dank für alle Zuschauer, die es interessiert. Diese Jahresprognose von Ihnen, von der HSBC, kann man auch noch auf Ihrer Website im Detail nachlesen. Ich danke Ihnen, dass Sie uns das aber nochmal in Videoform erklärt haben und sage, bis zum nächsten Mal. Ja, vielen Dank, Frau Anatsch. Und dann freue ich mich schon darauf, wenn wir nächstes Jahr hier wieder stehen und gucken, wie die Prognosen eingetroffen sind. Ja, ich bin auch ganz gespannt, was das Jahr 2023 für die Börse bringt. Wir halten Sie auf jeden Fall auf dem Laufenden, liebe Zuschauer. Vielen Dank für Ihr Interesse und bis bald. Vielen Dank. Vielen Dank.